Im Jahr 1915 wurde die englische Premier League offiziell eingestellt. Dies geschah, weil die meisten Männer im Krieg waren und keine Amateur-Turniere organisiert werden konnten. Diese Lücke füllten die Frauen, die Kriegsmaschinen herstellten. Diese Frauen, die in den Fußballmannschaften der rivalisierenden Fabriken spielten, hielten das Fußballfeuer mit den Spielen, die sie auf den Plätzen der Profiklubs organisierten, am Leben. Die Aufregung, die nach dem Krieg weiterging, dauerte eine Weile an, als Frauen weiterhin Fußball auf den grünen Feldern spielten. 1921 wurde jedoch beschlossen, dieser großen Bewegung ein Ende zu setzen und Frauen wurde das Fußballspielen verboten. Der Erste Weltkrieg führte zur Nutzung vieler neuer Technologien auf dem Schlachtfeld. Panzer, Giftgase, Flugzeuge, U-Boote und andere Waffen veränderten den Kriegsverlauf. Besonders Panzer wurden eingesetzt, um dem Grabenkrieg zu entkommen und die Panzertechnologie entwickelte sich schnell gegen Ende des Krieges. Die größten und stabilsten Grundlagen der heutigen Technologie wurden in dieser Kriegszeit gelegt. Nach dem Ersten Weltkrieg kam es zu einer Grippepandemie, bekannt als die Spanische Grippe, eine Unterart der Schweinegrippe, bei der schätzungsweise 40 bis 50 Millionen Menschen starben. Obwohl diese Pandemie nicht in Spanien begann, wird sie als spanische Grippe bezeichnet, da sie erstmals in den Medien in Spanien erwähnt wurde, da Spanien nicht am Ersten Weltkrieg teilnahm. Darüber hinaus starb jeder dritte Mensch, der während des Ersten Weltkriegs starb, an dieser Pandemie. Während des Ersten Weltkriegs gründete das Verteidigungsministerium des Vereinigten Königreichs die Zwergbataillone für diejenigen, die kleiner als 160 Zentimeter waren. Der Zweck der Bildung dieses Bataillons war es, Männern von geringer Körpergröße im Land zu ermöglichen, zum Militär beizutragen. Obwohl sie nicht an vorderster Front waren, waren diese Bataillone im Hintergrund des Krieges eine große Hilfe für das Militär. Der Erste Weltkrieg war ein Wendepunkt im Kampf für die Gleichberechtigung der Frauen. Von Anfang bis Ende des Krieges übernahmen Frauen viele der Aufgaben, die Männer mit großem Erfolg ausführten. Dieser Prozess gab dem weltweiten Streben nach Gleichberechtigung der Frauen einen bedeutenden Schub. Deutschland machte den ersten bedeutenden Schritt in diese Richtung, indem es am 12. November 1918 den Frauen das Wahlrecht gewährte. Im Ersten Weltkrieg gab es zwischen Österreich, Ungarn und Italien ein interessantes Ereignis. Während des Krieges wurde der Kampf für eine Weile aufgrund von Schnee und Kälte eingestellt. In dieser Zeit machten die Soldaten große Schneehüte und schickten sie sich gegenseitig. Dieses Ereignis, bekannt als der Hoodkrieg, zeigt, dass selbst in den härtesten Zeiten des Krieges menschliche Gefühle im Vordergrund standen. Der erste chemische Angriff fand in diesem Krieg statt. Am 22. April 1915 führte eine von den Deutschen abgefeuerte Gasbombe in der Stadt Uypern, Belgien, zum Tod von 5000 französischen Soldaten. Ursprünglich wurde Chlorgas verwendet, später wurde auch Fosgen eingesetzt. Fosgen war tödlicher und gefährlicher als Chlorgas. Es konnte die Betroffenen Stunden später töten. Im Sommer 1917 begann die Verwendung des berühmten Senfgases. Die Deutschen probierten dieses chemische Gas erneut in der Stadt Uypern aus. Dieses Gas hatte einen bitteren Geruch und verursachte neben seiner Giftigkeit auch Hautverletzungen. Während des Ersten Weltkriegs gab es eine Reihe von großen Konflikten. Der blutigste unter diesen Konflikten war jedoch die Schlacht an der Sommer. Als Folge des Durchbruchs an der Galizischen Front und dem Druck auf Österreich griffen die deutschen Streitkräfte Frankreich an. Frankreich erhielt Unterstützung von britischen und kanadischen Soldaten in diesen Kämpfen. Die Schlacht an der Sommer, an der insgesamt mehr als drei Millionen Soldaten teilnahmen, ging mit über eins Millionen Todesopfern als eine der blutigsten Schlachten in die Geschichte ein. Der Erste Weltkrieg wurde auch als der Krieg mit den größten Verlusten verzeichnet. In den frühen Phasen des Krieges gab es eine interessante Praxis für Soldaten, die an Ballons befestigt waren und in Luftkämpfen eingesetzt wurden. Diese Soldaten schützten die Ballons, indem sie auf feindliche Flugzeuge schossen. Obwohl es gefährlich war, erfüllten sie mutig ihre Aufgaben und kämpften heldenhaft gegen feindliche Flugzeuge am Himmel. Diese Soldaten standen ständig vor dem Tod, aber ihr Mut ging in die Geschichte ein. Während des Ersten Weltkriegs wurden sogar in den Waffenruhen zwischen den feindlichen Einheiten auf dem Schlachtfeld Fußballspiele organisiert. Zum Beispiel fand 1914, während des Weihnachtsfriedens, ein Fußballspiel zwischen britischen und deutschen Soldaten statt. Dieses Ereignis zeigte, dass trotz der unmenschlichen Aspekte des Krieges die Menschheit durch Einheit und Sport zusammenkommen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017